Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Volksflieg. So, wir machen hier weiter mit dem schicken Ballen sammeln. So, dann machen wir es hier wieder mit dem einsammelnden Spaß und vorgewendet, sag ich jetzt mal. Und den bringen wir gleich zur Begade, ich sage zum Glück, so gut wie nebenan. So, du, du, du. So, du, 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 du. 3 wären es noch. Und den anderen hier noch zwei. Noch einer muss, aber da nicht Schluss. Habe ich denn auch so ein Skript drinnen, dass das, oder ält, das war was Falsches, sollte ich das hier haben. Habe ich jetzt äußere ein Skript drin, dass das... ält, das war was Falsch jetzt, sollte ich das hier haben. die Produktionen tippen schneller laufen, gucken. Mal gucken, ob das denn schneller wird. So, das war es zuletzt, wie es aussieht. So, bringen wir die mal rüber zur BGA. Die waren ja noch nicht durchgegoren, soweit ich weiß. Und bis jetzt sind wir ja noch am Sparen für gewisse Sachen. Wollen wir hier lang? Genau, hier passt das, hier ging es zur BGA rein. So, hier sind die Trickermarkierungen. Oha. Wirkt es vorher nicht so unbedingt an. Ich hoffe, dass ich mir ganz gut in diesem Video vernehmatiin habe. Okay. So, jetzt ist es, dass wir jetzt unsere Handbuchst향ikstelle be 60esper des haiig babies. So, jetzt ging es mir an. So, jetzt schaut jetzt auf dieccyearsceitze ab. So, jetzt geht es geht es mir, also auf der polarisggen, wo manometer sich immer an das, ganz glücklich zu Meemaldi sagen. Okay. So, jetzt euch mal zum Wissen, ja. So, jetzt will meine Slaughter machen. So, dann geht es mal einijuana simpler. So, jetzt geht es, wenn du das archive. mal gucken wie viele prozent das waren aus 0 bis maximal 11 prozent mehr war es ja auch nie so weit zu gut macht ja gut so 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 weiter geht es hier auch mensch Katze haut doch mal ab hängt da mal dicht woanders hin aber scheitenglas wenn du dich vor die wingspump sporkst so 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 die A und die Biss Oha, das ist ein bisschen hab ich die freie Taste gedrückt und auf ich komme jetzt immer durch jetzt kriegst du dir das Problem jetzt ich wurde nämlich so klar und hab schon Z gedrückt in meiner Weise hätte ich mit Löffeln gefressen da komme ich hier leider nicht durch weil ich muss so rumfahren und hoffen und beten dass mir jetzt nichts entgegenkommt bis zur BGA zum Glück wenn wir es nicht im Teil ist, ich habe es bloß gemietet aus der Sache raus beim Mieten ist ja jetzt das neue kaufen da kann ich jetzt einfach mal so aus dem Steh greifen so vermutten so von und von 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 so haben wir den spaß wir sind eigentlich so weit durch das wir eigentlich alles angesät haben planteschütz haben wir noch nicht drauf aber das ging ja noch nicht aber sonst was wir haben gekalbt wir haben steine gesammelt wir haben gedüngt angesät unsere wiese abgemäht dann haben wir jetzt alles gemacht was wir machen konnten überhaupt nicht jetzt einfach mal so den wollen wir einfach bloß zurückgeben das haben wir noch 140.000 die frage ist was machen wir jetzt ich glaube ich habe ne idee ich könnte schon mal anfangen ein paar alte autodrive großen einzufahren so haben wir jetzt hier aufgehört mit autodrive so dass hier haben wir es aufgehört genau sagen geht es hier weiter so hau ab katze jetzt ach mensch katze geht doch mal weg wenn du so dezent nervig so und noch etwas ad einfahren auf meinen rundkurs am hof vorbei und dann habe ich mich los wie wie das wie 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 Oh, was machen wir jetzt nicht? Die Luft brauche ich jetzt auch noch nicht ein, weil ich habe nichts zum überschmeißen. Und stopp, aber hoffentlich hier, auch hier, so, jetzt muss ich mal gucken kurz. Okay, ich muss noch einen Punkt durch Hof hinsetzen, den Punkt nennen wir hier, aber ich nenne immer Hof. Ach, den Punkt hier vorne, ach, den hier vorne nennen wir. Ich werde den Zielpunkt erstellen, genau, das Hof. Das muss noch ein bisschen, ich habe noch eingestellt. Du, 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 du. Ach, dann fahre ich nochmal aus. Augen im Feld. Ich muss noch mal gucken. Beides heißt, brauche Minister und ja. Ein Lünden, ein paar Stratzen nochmal. Wo war denn das? Ordner vor den A-Stellen verwenden, genau. Das machen wir jetzt als Nebenstrecke. Da kam ein Punkt noch. So, die machen wir jetzt. Auf. Auf. So. O. So. So, dann wollen wir mal gucken, ob das schon klappt, weil das Eintüdeln ist manchmal nicht ganz so einfach. So, sprang ich hier. So, jetzt fahren wir erstmal zum Hof. Ich muss da eine Runde fahren. Ne, da kommt gerade überhaupt nicht klar. Lassen wir einen Test machen hier und gut ist. Es stinkt nur mal eine Einbahnstrecke. Geht doch, warum nicht leise? So. Halt, ich weiß noch, wie ich hier umstellen muss. Ich muss da reinbrechen in die Kurve mit 100%. So, Silo, was soll denn von hier einfahren? Die beiden Bahnen. Da muss denn Silo, also Hof Silo. So, aber da scheint sie klappen, der Rundkurs. Ich komme erstmal zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao. Sagt euer Jaso.